Und weiter geht es mit einer knusprigen Folge Return to Moria mit dem Herr der Moriamin Kassadim und wir machen weiter. Wir bauen weiter die nächste Etage würde ich sagen. Wir haben schon so ein bisschen die Schatzkammer, wenn wir hier noch mehr Gold hätten, ne? So richtig voll wäre, das wäre doch richtig geil, aber ich finde das sieht schon auch ganz nett aus, wenn ich hier hinten jetzt die Treppe einmal dran setze. Ähm, ja, ich habe sehr viele Edelsteine. Wenn die eigentlich direkt reinhauen, ne? Nein, warum nicht? Sieht es noch ein bisschen cooler aus. So beim großen... What? Alle Edelsteine weg. Alles klar. Ja, die schweben ein bisschen rum, aber wenn wir uns wegteleportieren und wieder herkommen, dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen Treppe. Äh, wo ist sie? Quatsch. Ich wollte erst mal den Holzboden reinhauen. Ich müsste das eigentlich von oben mal sehen. Wo ich hier loslege. Damit wir das auch direkt richtig machen, ne? Genau. Ist das so richtig? Ich kann es zwar schon sehr schwer erkennen, aber es sieht richtig aus. Gut, dann würde ich sagen Treppe, 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 Treppe. Granit. Ja, das Problem ist, mir fällt gerade ein... Ich brauche noch... ...ne Menge Granit. Halb so wild. Ich glaube, so wäre richtig, oder? Warte mal. Ich muss mir gut halt Ray sich nochmal anschauen. Boah, das sieht vernünftig aus. Ähm, Gesundheit oder so? Hat sich noch schnupfen angehört? So. Und da machen wir hier weiter. Holzboden. Ja, dann hoffe ich doch, dass das... ...auch einigermaßen vernünftig aussehen wird mit der Zeit. Hoffe es wirklich sehr. Erstmal hier die Mitte. Ich habe so das ungute Gefühl. Dass ich eine Säule brauchen werde. Warum macht der jetzt sowas? Hä? Macht der hier doch auch nicht. Da hat der auch wieder falsch gebaut, ne? So. Und guck mal, hier baut der rein. Da baut der nicht rein. Also irgendwie... ...ist es manchmal... Ja, das Baumenü, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich zu diesem Baumenü noch hinzufügen soll. Das ist sehr... ...selstam. Okay, jetzt funktioniert es doch. Okay, sieht vernünftig aus. Das Abatard, dieser Block. Warum ist das so? Warte mal, kriegen wir den weg? Ähm, ja, super. Sehr seltsam. Also wirklich sehr, sehr seltsam. Warum hier erstmal so ein Ding hier hin? Ja, natürlich. Hält nicht. Klar. Ach, Mann. Es fängt schon wieder gut an. Die Folge fängt schon echt wieder... ...exzellent an. So. Hä? Warum baut der mir hier so ein Block hin? Sieht total doof aus. Ich bin hier unten nicht. Aha. Oh, ich wollte schon sagen. Also das wäre jetzt ultra ärgerlich gewesen. Warum macht der das? Warum macht der das bei manchen Stellen... ...nee, macht der das bei manchen nicht? Und hier... ...sind die Holzfliesen hier komplett verdreht sich gerade. Oh, oh. Ja, egal. Darauf achte ich jetzt nicht. Oder? Alles in einer Richtung wäre schon ganz nett, ne? Ja, super. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir müssen nochmal... Das würde mich sonst die ganze Zeit verfolgen, Leute. Gut. Wir wissen, wir können den wegmachen, den Klotz. Und die spawnen bei mir in der Base, ne? Unglaublich. Ernsthaft? Na gut, ähm... Ist das Fleisch, ne? Schlachthaus. Dann wird hier der Raum ein Schlachthaus. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich, äh... Ja. Kann es sein, dass man nicht immer das ganze Holz rausbekommt? Auch irgendwie so ein Anschein. Also die ganzen Materialien. Und hier hat der wieder nicht... Guck mal. Hier hat der dieses... ...hit wieder nicht verbunden irgendwie. Bzw. also am Bau-Menü müssen die auf jeden Fall noch dran pfeilen. So geht das hier aber nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal Holz sammeln gehen, ne? Richtig. Sehr schön. Jetzt ist der Boden auch wenigstens... Warte mal. Kann ich bis hinten durchbauen? Ja, perfekt. Wenigstens das. Wenigstens das, Leute. Der kommt natürlich weg. Ah, das sieht... Das sieht doch langsam vernünftig aus. Ich muss das einmal ganz kurz testen. Wenn ich den jetzt hier hinhauen würde... Ich baue ihn jetzt eh gleich wieder ab. Oh. Oder er baut sich von selbst ab. Also wenn wir... Also... Ja doch, Material kriegen wir anscheinend wieder. Aber warum konnte ich die Treppe dann hier letztes Mal nicht zu Ende bauen? Ich brauche doch eine Säule. Ah, Mann. Die brauche ich leider. Wir würden hier reinbauen. Wenn wir so verbinden würden, würde das nicht gehen. Der ist wieder... Ein Stückchen... Ach, warum ernsthaft? Habt ihr das gesehen? So ein Millimeter. Aber das stört mich. Mich auf euch das stört. Aber hier ist es... Oder? Oder ist das einfach der Look? Ne, warte mal. Ich weiß nicht. Es sieht irgendwie so... Hey. Seht ihr das? Irgendwie komisch. Gibt da schon wieder einer drin? Gibt es doch nicht. Weg mit dir. Okay. Also. Wir brauchen hier eventuell eine Säule. Wir brauchen mehr Holz. Wir können aber schon mal, was wir auf jeden Fall machen können. Mal die nächste Etage so... Die Wände reinkloppen. Aber mit Fenstern, oder? Was meint ihr? Ich muss das erstmal alles auf dieselbe Höhe bringen. Das waren ja die hier. Jemand hat auch gesagt, für die Ecken kann ich mit Säulen arbeiten. Das werde ich mir gleich direkt mal anschauen. Soweit ist alles ganz gut. Ich habe Angst, dass ich mich hier verbaue. So. Hey, das... So langsam läuft es doch. Ich hoffe, der Baum... Kann da was funktionieren. Gut. Das gefällt mir schon mal. Dass das funktioniert. Aber... Oder sollten die... Sollte die echte Schatzkammer hier hin? Oder machen wir lieber unten Schmiede mit Rüstung und alles? Wohl mit der Statue. Ich finde da... Schatzkammer passt ja ganz gut, ne? Also wir brauchen mal Fenster. Machen wir so Doppeldinger? Hier hinten auf jeden Fall. Fällt sich sehr ungesund an. Immer noch. Ich hoffe, du wirst schnell gesund. So. Machen wir mal ein paar Doppeldinger. Achso. Natürlich funktioniert das nicht. Sonst setzen wir die woanders hin. Die Doppelfenster. Dann mache ich lieber... Die Eins. Ich weiß auch nicht, ob Doppelfenster vielleicht ein bisschen... ...viele Scooten sind. Wenn ich hier zwei habe... Da habe ich aber wieder dasselbe Problem, ne? Oh, ne. Habe ich nicht. Gut. Hier würde ich sagen, kommt kein Fenster rein. Natürlich ja nicht so. So. Überlege ich, ob wir auch zulassen. Rein theoretisch. Wir können auch hier so einen kleinen Balkon bauen, ne? Ernsthaft? Ein Bär? Oh, wollte ich mich gerade verarschen? Spawn hier einfach wirklich, ne? Das ist schon fies. Ich meine, ich habe hier ein großes Feuer. Das ist jetzt, äh... Hm. Weiß ich nicht, ob ich es so geil finde. Also müssen wir überlegen. Balkon. Hm. Ich glaube, es hätte was, ne? Warum liegt hier so viel Fleisch? Achso, ich hatte hier letztens hier gekillt, glaube ich, ne? Nehmen wir mal mit. Warum denn noch nicht? Gut. Treppe dann so, bababam. Hier geht es hoch. So. Dann machen wir einen Balkon. Und zwar machen wir den aus normalem Holz. Aber so ein Ding ist, glaube ich, ein bisschen groß, ne? Das sieht mit einzelnen Fliesen aus. Das ist aber... Sollte schon damit bunden werden und nicht einfach drauf schweben. So ist richtig. Sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Gut. Die Eins. Jetzt baut der hier... Oh, ich dachte, der snappt hier ein. Super. Ich weiß nicht. Oh, da bauen wir doch direkt so ein ganzes Ding. Sieht besser aus, ne? Muss ich mal eben schauen. War so blöd, dass die... äh... PGA ja drin irgendwie spawnen. Also, ich dachte, ich mach mir hier so einen schönen... in das Haus und so. Das ist ja blöd, ne? Wenn es echt mal weitergehen sollte und ich komme mal zurück dann mit ganz wenig Leben. Dann spawnen wir hier Gegner drin. Das wäre natürlich nicht so geil. Jetzt ist er wieder hier oben an. Nee, ich glaube, das ist verbunden, ne? Sieht richtig aus, ja. Dann machen wir es in dem Stil hier. Jetzt habe ich ihn natürlich wieder... einheitlich in eine Richtung gebaut. Aber jetzt... ich ja. Ziehen wir den bis hinten durch? Was meint ihr? Ich würde sagen, hier kann man das gerne machen. Ist es um die Ecke sogar? Nee. Gelände brauchen wir das andere Holz für, ne? Ja, Treppengelände könnten wir machen, aber nicht Holzgeländer. Schade. Aber gut. Muss ja kurz von außen schauen, wie das aussieht. Ich glaube... jetzt hier hin sogar würde es reichen, oder? Ah, machen wir mal so. Brauchen wir halt noch ein Geländer. Gut. Das sieht doch schon mal einigermaßen cool aus. Hier habe ich das schöne Ding. So, was machen wir mit dem Geländer hier? Das war ja auch, äh... ein kleines Problem. Naja. Haben wir... Ich bin ganz ruhig. Ich bewege mich nicht. Rühe ganz sanfter Schwert raus. Genau. Pssst. Und... Ja. Ich spawne halt darin. Nicht schlecht. Na gut. Äh, vorab ich denn Essen darin? Meine Essenskiste erstmal, nee. Hatte ich nicht hier eine gehabt? Äh, hatte ich nicht letztes Mal hier eine gebaut? Oder nehmen? Wenn nicht, dann halt jetzt. Gut. Äh, ne, ein bisschen... Ein paar will ich mitnehmen. Falls ich... Halt... Halt... Wups. Eine Ziege finde. Ihr habt mir ja gesagt, man kann Ziegen zähmen. Und das will ich unbedingt testen. Gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall dieses Holz. Wir können aber oben erstmal noch die Wand fertig machen. Soweit wie es geht, natürlich. Mein Adamant haben wir ja noch ein bisschen. Ein bisschen viel sogar. Hier haben wir wieder so ein Ding. Aber jemand hat gesagt, wir können mit Säulen arbeiten. Also, die ist natürlich, ähm... Sehr krass. Haben wir irgendwie schmalere? Ich würde so eine machen. Kleinere. Aber die sind alle sehr dick. Ähm... Oder können wir mit der... Nee, geht's nicht, ne? Weiß nicht, warum. Oh, Hunger. Äh, ja. Dann... Du hast eh gerade schön viel Fleisch gesammelt. So. Dann braten wir mal was Schönes. Mal hier können wir wieder singen. Ich will mal schauen, ob es jetzt funktioniert. War es einfach ein Fehler oder was? Hört mal seine Stimme. Im Vergleich zum anderen, wo ich neu gestartet habe jetzt. Den neuen Spielstand. Mhhmmmmmmmmmm. KASAD ADNA GANVINMUURU. KASAD AKNA RAZASAHU. Bis Dürin wächst aus dem Schlaf. dann geht es uns gut dann können wir jetzt hier weiter ja säule säule war das thema gewesen granit mit einer schmalen granit wand arbeiten auch nicht mit einer granit säule das wollte ich nicht ja das wäre es wahrscheinlich schon eher und steinsäule ein pfeiler sieht komisch aus sieht sehr billiger aus lassen wir lassen das erstmal so stehen und würde ich sagen machen wir erstmal hier mit adamant schön weiter macht sich immer sorgen und dann ist es eigentlich so einfach kommen wir die tür in die mitte oder eher so rechts sollte schon so sein wird sagen wenn wir nur hier ein problem mit der hier haben wir dann problem natürlich was denn auch sonst das funktioniert einigermaßen man sieht bisschen den unterschied aber es geht ich will schon diesen boden ja weil man sich das hier anschaut ist nicht so schön sieht schon um einiges egler aus na aber gut darum geht es jetzt nicht wir wollen jetzt erstmal noch die wand fertig ballern natürlich habt ihr mir auch eingeladen oder nicht weiß nicht mehr vielleicht habe ich auch gedächtnisch fund oder so und arbeiten wir hier wieder mit fenstern und ein paar doppelt fenster ich weiß nicht die einzelnen gefallen mir irgendwie besser kommen wir hier noch mal ein fenster rein so dann haben wir den grundumriss ja fast fertig erst mal gleich haben was und adamant ist genau jetzt leer wenn das ich perfekt gepasst hat gut ja sieht sehr nach einem klotz aus was soll ich sagen also ich muss vielleicht doch ein paar mehr fenster noch hier oben einbauen da habe ich das gerade gar nicht dran gedacht können wir noch machen die ecken das ein bisschen blöd da müssen wir irgendwie mit säulen noch ein bisschen arbeiten ich ziehe mir den balkon auch komplett hier lang weiß oder wir mixen das so ein bisschen arbeiten noch ein bisschen mit wo ist es denn ich bin nicht der beste was bauen angeht ja mit dem granit hat man schon mehr so muster und so was doch durch das war krass großer torbogen 8 sport durch das machen doch hier kann man sieht richtig schön aus wir können das ja auch irgendwie dran klatschen dann was ich meine damit das so ein bisschen anders aussieht auch so was hier ja doch damit kann arbeiten wir wochen auf jeden fall jede menge granit auch hier könnte man dann ja oben anbringen geht nicht haben wir denn noch die säule und sowas klar ja dann muss ich überlegen die würde sich halt damit so muss dann würde viel besser aus denn das haus weil so und adamant gibt es halt sowas nicht weil diese schrägen und sowas höchstens damit noch mal so ein bisschen arbeiten mit schrägen ich weiß nicht keine ahnung muss man sich noch überlegen hauptsache der klotz steht erst mal weil irgendwie klasse werden wird so gleich lieferung so dann rein damit nein in die kiste wollte ich ja jetzt haben wir noch mehr krims krams dann erst mal komm weg damit ok wir brauchen auf jeden fall granit und adamant also die decke ist sehr hoch auch sehr gut sonst hätte ich heute nicht schlafen können leute gut 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 aber eben von außen von hier schauen würde wir können ja noch so ein dach bauen was ein bisschen oben drüber geht wer schon so ein richtiges muster drin haben und sowas sieht so ein bisschen langweilig von außen aus aber gut innen drin man spricht ja immer schönheit kommt von innen wenn wir dann hier so reingehen und hier haben wir so eine küche irgendwann und eine schatzkammer und so von außen ich glaube mit dem baumenü ich weiß nicht da werde ich nicht so ganz warm irgendwie mit ich würde sagen hier kommt dann oben noch mal ein boden rein natürlich logischerweise platzkammer haben wir da die treppe geht es dann hoch zack 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 dann haben wir hier den schmiederaum würde ich sagen hier geht es nach rein dann können wir hier auch teilen zwei räume vielleicht irgendwie oder so oder machen hier zwei räume weiß gar nicht hier wie ein balkon wo wir was auch machen werden weiß ich gar gar nicht wir haben hier keine stühle und so leider also hier schlafgemach hätte ich ganz gerne naja wir können ja eh noch ein bett reinhauen mehr geht ja nicht einzige was wir machen können ist ein bett bauen und schönes das war es dann auch ein bett oder ja wir machen hier die schmiede mit einer rüstungsecke oder so ahahahahaha wisst ihr was mir gerade einfällt wisst ihr was mir gerade einfällt was ist wenn ich mir das ding hier überhaupt bauen möchte was ist denn was ist denn hier diese schmiede ist ja ein bisschen groß fällt mir gerade so ein ja ich glaube das könnte ein kleines problem werden oder kommt hier unten die schmiede und dann lassen wir die decke offen unten direkt rein schmiede da machen wir bis hier die mitte zu das ist ja das nimmt auch viel platz ne ihr schreibt mir in die kommentare was ihr machen würdet wie ihr die raumverteilung machen würdet also eingang was wird ihr im eingang machen dann hier links schatz kann man lassen oder doch was anderes hier hin bauen was kommt oben drüber und was kommt hier oben offen lassen oder schreibt es nur in die kommentare schreibt mal eure ideen ich muss da so ein bisschen überlegen also ich werde auf jeden fall für die nächste folge schon mal ein bisschen material sammeln oder ein bisschen zusammen sammeln vielleicht ja vielleicht finden wir ja noch was ich würde sagen wir sammeln in der nächsten folge zusammen wir werden dann bauen und wenn es euch gefallen hat wie immer wir werden und vor allem auch kommentieren nicht vergessen sonst würde ich sagen bis zur nächsten folge wieder ciao